In welcher Disziplin gewann die Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen 2017 Gold bei der U23-EM in Polen? A. 1500 Meter Lauf, B. Weitsprung oder C. 400 Meter Hürden? Was hast du denn genommen? Kennst du dich aus mit Sport oder Leichtathletik im Speziellen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist schon mal super voraussetzung. Ich habe einfach mal Antwort C genommen. Klingt ja auch so ein bisschen wie 400 Meter Hürden. Was ist denn die richtige Antwort? Ja, das ist Mittelstrecke. Was sagt der Jäger? Wow. Haben Sie das gewusst, Herr Jakobel? Ich habe gewusst, dass sie eine Mittel- bis Langstreckenhäuferin war. Wäre mir nicht ganz sicher gewesen, wenn sie jetzt 3000 Meter daneben gestellt hätten, aber bei der Auswahl auf jeden Fall.